Dann machen wir uns langsam mal auf den Weg in Richtung deren Klosters. Natürlich machen wir unterwegs auch noch an anderen Kartenpunkten Halt. Beispielsweise dort gleich Ritter des Donnenorden hätte. Darf ich nicht rein, okay. Und da würde ich gerne auch noch vorbeischauen. Das ist ja extra schon markiert worden. Okay, der ist verschreckt. Aber den hier kann ich schon mal aufheben. Nun gut. Ich glaube, das Lager, was mir da anzeigt, sehe ich schon. Windweglager. Meine Anwesenheit wird hier nicht geduldet. Na, wenn das so ist. Oh! Oh! Ein Wolf hat mal wieder einen Dietrich dabei, wie passend. Na ja, die Axt. Na ja. Ja. Es geht. Super wertvoll ist er nicht. so. Okay. Das ist die Richtung. Oh! Der hat mich gesehen. Okay, der wird ziemlich mitgenommen von meinen Angriffen, glaube ich. Oder auch nicht so. Ah! Na, es geht. Macht aber auch ganz gut Schaden. Ich habe nur überlegt, ob ich an dem ein bisschen trainiere, aber nein. Dafür ist er dann doch zu stark. Hm. Wer kann nur nur zum Wasser. Aber man kann mal eine schöne Dusche nehmen. Baden gehe ich jetzt aber nicht, dazu ist es zu kalt. Es schneit ja sogar. Äh, Moment mal. Äh, das habe ich ganz fast vergessen. Ähm. Ich müsste ja noch. Äh. Wegschreine. Nee. Da ist in der Ecke nix. Okay. Aber da ist irgendwas. Wenn es kein Wegschrein ist, weiß ich nicht was es ist. Aber irgendwas ist es. Ach so. Ach so, das ist so ein Ding. Genau. Der Drachenstein. Oh nein. Ich bin nicht mit dem Sternensymbol Dingens. Wo ich momentan ja die Fähigkeit habe. Oder hatte. Ich weiß nicht. Ja, Hand des Meisters. Genau. Jos. Bist du das mal? Oh, oh no, oh. Es ist nicht so schön. Oh no. Was ist es ein Ding. Oh. Ich fühle mich. Oh. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. so unwegsame gebirge hier das ist und das ist gleich da drüben mal sehen was das ist und das ist schon eine richtige siedlung fürste ruck dumpfs anwesen kann man sich so ein anwesen auch kaufen naja gut hört weniger kosten als so ein stadthaus das land hier draußen ist weniger teuer man darf hier aber nirgends rein war zumindest offiziell aber ich bin ja auch nicht offiziell hier ok hier sind aber leute dann gehe ich mal offiziell weg ok da will ich auf jeden fall vorbeischauen das ist ganz klar das war wenn ich das richtig in erinnerung habe doch so ein dedra schreien so was wie scheogorat oder auch die herren der anderen dedra wie auch immer deren herren aussehen so hier hallo hallo ich versuche mich zu konzentrieren ihr gestattet natürlich hallo ihr habt einen heiligen ort betreten was wollt ihr hier ich möchte gerne mehr über diesen schreien erfahren es sind düstere zeiten und gerüchte und aberglaube vergiften die gedanken der leute solange ihr mich nicht von euren guten absichten überzeugt habt kann ich euch nicht mehr dazu sagen ach von meinen guten absichten überzeugen nein das ist zu viel der ehre gar nicht wird ich wünschte ich spart euch eure wo wirklich das ist ein schönes kompliment bleibt nichts als leere worte meine ihr macht gar nicht ich wünschte ich könnte das auch sagen bitte ihr solltet euch eine tolle ihr macht mir keine angst oh nein das ist zu viel der ehre ihr solltet euch ich wünschte ihr macht mir keine angst bitte da werde ich ja rot fielen gute gar nicht ihr macht mir keine angst das ist ein schönes kompliment ihr seid eine tolle ach gute aber ihr seid jetzt ist es ihr macht mir keine angst meine oh ihr seid eine tolle geschichte der schrein dies ist der schrein von asura der königin von morgen und abenddämmerung was führt euch hierher reisender ähm ich wünsche asura zu beschwören wenn ihr mit der fürstin sprechen wollt besucht ihren schrein im morgengrauen oder in der abenddämmerung opfert ihr etwas glühstaub dann wird sie vielleicht geruhen zu euch zu sprechen glühstaub die neuen göttlichen sind langweilig daedra sie sind niemals langweilig dem kann ich äh zustimmen nachdem ich Sheogurat getroffen habe ähm glühstaub wo bekomme ich denn glühstaub her dieser ort ist heilig zeig bitte gebührenden respekt glühstaub auf jeden fall ist da ein bär der kriegt zwar keinen glühstaub her aber der kann im zigzag laufen oha halt 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 lass den mal in ruhe mein freund oh der wird mir bewusst los dann ist er gut wer sieht hier wie ich den bären ganz allein erschlagen habe Gut, oder? Also, ich muss am Morgen oder Abend kommen. Und ich muss Glühstaub mitbringen. Etwas, von dem ich noch nicht weiß, wie ich rankomme, aber das ist eine andere Sache. Da ist noch ein Oblivion-Tor. Ich glaube, diesmal mache ich mich gleich mal dran, das zu schließen, weil hier komme ich nicht so schnell wieder hin.